Weit nach vorn gespielt. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Er versucht den Ball in die Gasse zu spielen. Varela! Ein Foul war es überhaupt keine Diskussion. Ganz schön dünnes Eis für ihn, also viel mehr darf er sich nicht erlauben. Jetzt sollte er mal langsam auf die Übermotivationsbremse treten, sonst fliegt er irgendwann. Ein bockstarke Aktion. Die Chance! Da ist es passiert! Er versucht den Ball in die Gasse zu spielen. Das ist ein Foul. Starker Pass und er versucht ihn da durchzuspielen. Sie brauchen jetzt mehr solcher Aktionen, aber sie brauchen einen besseren Abschluss. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Tori Wohnen spielt ihn nach links raus. Und bitte! Und die Möglichkeit! Sensationell! Entschuldigung! Den Ball in die Abwehrs ... nur ganz schön. 5sk expos Dul тел ... erval